Sie duftete und glühte für ihn. Er hätte niemals fliehen sollen. Er hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen seien so widerspruchsvoll. Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können. Ich glaube, dass er zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine Vulkane. Er besaß zwei tätige Vulkane und einen erloschenen Vulkan. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glasglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen. Adieu. Aber sie antwortete ihm nicht. Adieu. Die Blume hustete. Aber das kam nicht von der Erkältung. Ich bin dumm gewesen, sagte sie endlich zu ihm. Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche glücklich zu sein. Er stand ganz fassungslos da mit der Glasglocke in der Hand. Aber ja, ich liebe dich, sagte die Blume. Du hast nichts davon gewußt. Das ist meine Schuld. Es ist ganz unwichtig. Aber du warst ebenso dumm wie ich. Versuche glücklich zu sein. Zieh es nicht so in die Länge. Das ist ärgerlich. Du hast dich entschlossen zu reisen. So geh. Denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sähe. Es war eine so stolze Blume. Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 26, 27, 28, 29 und 30. Er begann also, sie zu besuchen, um sich zu besänftigen und um sich zu bilden. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei sehr königlichen Thron. Ah, sieh da, ein Untertan, rief der König, als er den kleinen Prinzen sah. Und der kleine Prinz fragte sich, wie kann er mich kennen, da er mich noch nicht gesehen hat. Er wusste nicht, dass für die Könige die Welt etwas höchst Einfaches ist. Alle Menschen sind Untertanen. Da der kleine Prinz müde war, gähnte er. Es verstößt gegen die Etikette, im Gegenwart eines Königs zu gähnen, sagte der Monarch. Ich verbiete es dir. Ich kann es nicht unterdrücken. Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen. Dann, sagte der König, befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen. Das Gähnen ist für mich eine Seltenheit. Los, gähne noch einmal. Es ist ein Befehl. Das ängstigt mich. Ich kann nicht mehr. Mhm, antwortete der König. Also dann befehle ich dir, bald zu gähnen und bald. Er murmelte ein bisschen und schien verärgert. Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Monarch. Aber da er sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. Wenn ich, pflegte er zu sagen, wenn ich einem General geböte, sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals, es wäre meine Schuld. Und... ...